Herr Professor Walter, schön, dass Sie im Studio sind. Auch Sie kritisieren die leichtfertige Verschreibung zum Teil von Ärzten. Warum sind die so schnell mit Rezepten bei der Hand? Naja, das kommt sicher einerseits auch daher, dass Antidepressiva neuer Generationen so wenig Nebenwirkungen haben, so wenig akute. Und deswegen denkt man, sie haben auch langfristig vielleicht keine Nebenwirkungen. Und deswegen ist man schnell mit der Hand dabei. Und viele Patienten berichten ja auch über wenig Nebenwirkungen. Aber was ist mit der durchaus bestehenden Suizidgefahr, wenn man mehrere Wochen diese Mittel genommen hat? Weiß man, dass da ein gewisses Gefährdungspotenzial ist? Ja, das ist schon seit langem bekannt. Insbesondere in der Anfangsphase von der Verschreibung muss man darauf achten, weil die antidepressive Wirkung ja in der Regel etwas später einsetzt, aber die antriebssteigernde Wirkung etwas vorher. Dass man gerade am Anfang nach einer Verschreibung darauf besonders achten sollte, insbesondere wenn schon vorher suizidale Gedanken bestehen. Viele Zuschauer wollten wissen, wann ist denn wirklich jetzt ein Rezept angebracht? Wann ist die Indikation, wie Sie sagen, gegeben? Also man weiß heute, dass auf jeden Fall eine Indikation sehr nahe liegt, wenn schwere Depressionen vorliegen. Also der schwere Grad ausgeprägt ist. Bei leichteren Depressionen sollte man heute eigentlich eher erstmal ein bisschen abwarten und sozusagen watchful waiting nennt man das auf Englisch. Also aufmerksames Beobachten, ob das vielleicht vorübergeht, ob es durch allgemeine Maßnahmen der Lebensführung oder auch der Stressreduktion in den Griff zu bekommen ist oder auch vielleicht durch Psychotherapie. Und dann sorgfältig mit dem Patienten besprechen, wie er auch zu Antidepressiva steht. Manche machen das gerne, manche weniger gerne und das sollte auch eine Rolle spielen. Helene aus Bremen hat uns geschrieben, jetzt im Vorwege zu dieser Sendung, seit acht Jahren nimmt sie Serotonin-Wiederaufnahme-Hämmer. Sie hat schon zweimal Absetzversuche gemacht, die gescheitert sind. Und sie fragt, wie mache ich es richtig? Das Erste ist, mit dem Arzt darüber zu sprechen und zu sagen, dass man es will und warum man es will. Und dann auch mal seine Meinung zu hören oder von der Ärztin. Und dann gemeinsam, insbesondere wenn schon zweimal Probleme auftraten, das Ganze sehr langsam zu machen und dabei auch sich beobachten zu lassen und zu gucken, treten jetzt Absetzsymptome auf oder kommt eher die Erkrankung. Wie kann man das unterscheiden? Das ist manchmal nicht einfach, manchmal schon. Also das typische Absetzsyndrom tritt innerhalb von ein bis drei Tagen auf und hat dann so Symptome wie zum Beispiel grippeähnliche Symptome oder Unruhe, Schlafstörungen. Was viele Patienten auch beschreiben, sind so sensorische Überempfindlichkeiten, dass man manchmal auch so zusammenzuckt oder wie einen kleinen Elektroschock bekommt. Die meisten Ärzte wissen das nicht, deswegen fragen sie dann nicht danach. Das sollte man aber wissen. Das wären dann typische Absetzsymptome. Wenn dann solche Symptome auftreten wie Ängste oder depressive Verstimmungen, dann wird es schwierig und das kann dann nur noch ein Fachmann unterscheiden. Fachmann ist das Stichwort. Sie sind zum Beispiel ein Fachmann dafür und Sie untersuchen auch, welche Patienten bei der Einnahme solcher Antidepressiva eher gefährdet sind, einen Rückfall zu erleiden. Sie wollen auch untersuchen, wer gefährdet ist, so eine Absetzsymptomatik zu erleiden. Da suchen Sie auch noch Probanden? Ja, wir führen eine Studie durch, die heißt AIDA. Wir selber sind ja auch erst vor einigen Jahren so richtig auf dieses Thema gestoßen und haben uns gefragt, wenn Patienten jetzt absetzen wollen, mehr als die Hälfte der Patienten setzt zu früh ab, nämlich innerhalb der ersten sechs Monate. Wie kann man denn oder wie könnte man die Patienten unterscheiden, die eher einen Rückfall erleiden, von denen Patienten, die eher nicht einen Rückfall erleiden? Darüber gibt es sehr, sehr wenig Forschung. Und wir versuchen, das mithilfe von biologischen Messverfahren dieser Frage näher zu kommen. Und wer könnte sich jetzt bei Ihnen melden? Es können sich eigentlich nur Patienten melden, die von sich selbst her entschlossen sind, ihre Medikamente abzusetzen. Wir wollen niemanden dazu überreden. Wir wollen niemanden davon überzeugen. Dann hätten wir auch ein Problem, weil wir das ja wissenschaftlich untersuchen wollen. Wir können nicht gleichzeitig Behandler und Untersucher sein. Insofern nehmen wir Patienten in unserer Studie auf, die mit ihrem Arzt oder ihrer Ärztin besprochen haben, aus bestimmten Gründen abzusetzen. Die begleiten wir wissenschaftlich, untersuchen sie auch mit modernen neurobiologischen Verfahren. Kontaktadresse dazu findet man bei uns auch im Begleitmaterial zur Sendung. Liebe Zuschauer, wenn Sie noch mehr Fragen zu Antidepressiva und rund ums Thema Depression haben, dann können Sie sie jetzt gerne im Visite-Experten-Chat unserem Experten Hendrik Walter stellen. Start ist in wenigen Minuten auf unserer Visite-Internet-Seite.